Willkommen auf meiner Welle. Schön, dass Sie da sind. Mein Kanal läuft. So soll es später auch werden. Nicht mein Kanal, sondern der Rathauskanal. Gute Information gehört dazu. Fehmarn im Herzen, die Zukunft im Blick. Und zwar mit Ihnen. Mit starker und guter Bürgerbeteiligung. Das möchte ich für Fehmarn, für uns, für Sie machen. Jetzt meine Kurzfassung vom dritten Zoom-Meeting. Diesmal hatten wir kleine technische Probleme, aber ich glaube, sie hielten sich im Rande. Aber inhaltlich genau das, was zählt und wichtig ist. Wir hatten Live-Gäste. Dabei waren Daniel Kemper von der Facebook-Gruppe ProDM, Ulrike Hübner, die Hauptinitiatorin von dem Bürgerbegehren gegen das Jufa-Hotel und Hartmut Specht von der BI Fehmarn-Beltverkehr. Mein Thema, Bürgerbeteiligung. Und die möchte ich stärken und stark erweitern. Deshalb habe ich Ihnen die unterschiedlichen Formen der Bürgerbeteiligung erklärt. Und die unterschiedlichen Akteure haben uns erzählt, wo sie stehen. Es ging nicht um das Pro oder Contra für die Bürgerbegehren, sondern es ging um das Wie. Informieren, Anhören, Einbeziehen, Mitbestimmen. Das sind vier Stufen der guten Bürgerbeteiligung. Informieren über Informationskanäle, Presse, Rathaus-Newsletter, Rathaus-App, Bürgernähe, Bürgerversammlung. Informell und nicht nur formell. Anhören und Zuhören. Ernst nehmen. Probleme aufnehmen und lösen. Machen. Einbeziehen mit Bürgerdialogen, Mitwirkung, Beiräten. Mitbestimmung machen. Das gilt es alles anzupassen. Wo Mitbestimmung angebracht ist, sollte diese Art der guten Bürgerbeteiligung unbedingt Berücksichtigung finden. Auch Wahlen sind eine Möglichkeit der Bürgerbeteiligung. Deshalb bitte ich Sie, gehen Sie wählen. Mein Credo ist, Bürger informieren und beteiligen. Wenn Sie also wieder eine informelle Bürgerversammlung haben möchten, dann geben Sie mir am 7. März Ihre Stimme. Herzlichst und vielen Dank, Ihre Doris Klempner.